Ich habe versucht, mich umzubringen. Interessant. Interessant genug, um aufgenommen zu werden. Wir haben heute Abend sehr tolle Gäste hier. Unter anderem haben wir Herren Neo. Was führt Sie denn zu uns? Eine durch Freiheitsberaubung induzierte Psychose. Geh weg! Geh weg! Hau ab! Geht alle weg! Die Dücken, die du, sind doch dann schuld, dass wir hier überhaupt lassen. Ach komm, mein Freund. Wer saufen kann, der kann auch ruhig mal alleine sein, okay? Mach die Tür auf, Peter! Mach die Tür auf! Ey, siehst du die rote Linie nicht? Du musst weiter weg. Es stinkt. Ich nehme nichts von dieser blöden Kuh. Sie beobachtet mich. Vergiss sie. Sie ist eine dumme Fotze. Wieso sind sie hier? Ich bin das Sextoy der Anstaltswächterin. Mein größter Traum wird gerade zum größten Albtraum! Alles okay? Ich bin nur ein bisschen schlaff im Fitnessstudio. Okay, wo bist du? Schneewittchen. Ich hab keinen Bock mehr auf die ganzen Spinner. Wir sind Freaks, keine Spinner. Nur ein Freak, nur ein Freak, nur ein Freak. Ich hab davon gehört, er hat davon gehört, er hat davon gehört! Wir alle haben davon gehört! Nachtliga E, ich gehör den Tratsen! Nur ein Freak, nur ein Freak, nur ein Freak.